Heute ist ein wichtiger Tag und die hat heute früh angefangen für uns. Wir sind mit mehr als 200 Kollegen und Kolleginnen in die Stadt gegangen und wir haben 25.000 Frühstückspakete verteilt. Ich war auch heute Morgen dabei. Das hat mir ganz gefallen, die alten Konsumenten so ein Frühstück anzubieten und alle Leute waren ganz enthousiast. Ja, super. Also mich beeindruckt total dieser Teamgeist, den alle wirklich an Tag legen und diese Stimmung, die man wirklich erlebt, das ist nicht nur Gerede, sondern man hat das Gefühl, dass alle wirklich dabei sind. Hiermit eröffne ich offiziell dieses Büro, das Zuhause der Milchliebe von Friesland Campina. Unser leckerster Produkt ist natürlich Schokomeu, aber von Landliebe muss ich sagen, die Sahnefüllung mit Erdwärtsauce bleibt auch sehr. Also am liebsten esse ich eigentlich den Landliebe-Joghurt mit Haselnuss im Glas, weil im Glas auch ein bisschen mehr drin ist als in den Becher, da ist man meistens zu wenig. Mein Lieblingsprodukt ist Schokomeu. Ich bin ein großer Fan von meinem Morgen, weil ich kann das Landliebe-Frühstücksgefühl jetzt auch mitnehmen zum Frühstück ins Produkt. Mein Morgen Waldfrog, das kommt mir schon sehr entgegen. Der Kantener Käse, den fand ich total lecker und den werde ich sicherlich mal kaufen. Wir sind schon mehr als ein Jahr damit beschäftigt, uns zu ziehen und ich war da als Projektlead natürlich sehr mit beschäftigt. Heute ist es dann ein Highlight, wenn wir dann das Geburt an alle anderen Personen zeigen können. Und jetzt mit auch die Marke werden, der gute Catering und so weiter ist einfach super schön und bin ich super stolz hier im Büro zu arbeiten.